Hallo Frau Müller, wie geht es dir? Mir geht es gut, danke und dir? Sehr gut, wie ist deine Woche? Ganz gut, danke, Spanien, kennst du diesen Mann und diese Frau? Ja, ich glaube, diese Frau ist eine Kollegin meiner Freunde, sie hat ein riesiges Kind. Hast du einen Plan für die Sommerferien? Oh ja, natürlich, fahren meine Freunde und ich wieder nach London. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke und grüße deinen Mann. Mach ich Dankeschön, tschüss. Ciao. Vielen Dank.